Hi Ladies! Viktoria hat mich gebeten für sie ein hübsches Alltagsoutfit zusammenzustellen, was sie in der Schulzeit und in der Freizeit tragen kann. Und wie ihr seht, habe ich es geschafft hier ein Outfit zusammenzustellen, was ihre Kriterien ja mehr als nur erfüllt. Doch nur zuvor als Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und die dazugehörigen Deals, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details dazu, damit ihr nichts verpasst. Viktoria ist 17 und eins kann ich versprechen, dieses Kleid hat sie auch noch, wenn sie 20 ist, denn es ist schwarz-weiß, zeitlos. Also es ist wirklich hier ein Kleid, was einfach nie aus der Mode kommen wird. Und Orsay hat sich hier ein Muster und einen Schnitt einfallen lassen, der ihre Figur richtig hübsch dastehen ist. Denn ihr seht, durch den Schnitt entsteht erst mal eine wunderschöne Taille. Und die, ja, dass die Arme frei sind, lässt das wirklich schön quasi schlank wirken und zieht sie nochmal schön in die Länge. Und das Muster in diesen geometrischen Linien, die einmal gekreuzt und gerade runtergehen, es ist wirklich schön verspielt, alltagstauglich. Und ganz wichtig, sie hat mir gesagt, sie friert sehr schnell. Und dieses Kleid hat ein sehr dickes, starkes Material, wo sie dann wirklich nicht zu schnell penetrieren wird. Schrägstrich durch das Material wiederum entsteht diese wunderschöne feste Taille und der Rockteil fällt auch relativ fest, dass da auch nicht so viel Rumbau mit, wenn mal da kalt Wind kommt oder sonstiges. Und ich denke, hier habe ich ein Kleid, was Viktoria mehr als nur glücklich machen wird. Doch sie hat ja gesagt, ist er ein Komplett-Outfit sein. Und da möchte ich jetzt natürlich noch die Accessoires dazu vorstellen, denn das macht dieses Outfit zu etwas ganz Besonderem. Und da habe ich zu diesem Kleid einen Pömp gefunden, der wie geschaffen ist für dieses Kleid. Denn ihr seht, dieser wunderschöne Pömp von Kethirk ist im gleichen geometrischen Stil aufgebaut wie das Kleid. Und er hat natürlich auch eine sehr, sehr schöne Höhe, damit eure Beine durch, weil ja das Kleid relativ kurz ist, wirklich ewig in die Länge strecken. Ihr bekommt einen wunderschönen Fuß, ewig lange Beine, eine wunderhübsche Figur und das Kleid, genial. Und da habt ihr auf jeden Fall schon mal ein Outfit, was ja richtig hübsch daherkommt. Aber ein, was habe ich mir noch einfallen lassen, weil sie hat gesagt, Viktoria, sie friert sehr schnell, gerade wenn es noch ein bisschen abends kühl ist. Und da dachte ich immer, okay, was gibt es da? Was kann ich, was finden, was zu diesem Kleid passt? Und da habe ich dann einen Übergangsmantel gefunden mit Stehlkragen, komplett in Schwarz gehalten, den man am besten offen drüber trägt. Aber man kann den natürlich auch zumachen. Aber damit dieses Kleid drüben noch zur Geltung kommt, kann man den Mantel drüber ziehen. Und wenn man den Mantel dann schließt, ist da auch komplett das Kleid verschwunden, dass das richtig einfach zusammenpasst, ineinander einpasst und für das Kleid gemacht ist. Und so ein Mantel, wenn er stört, ist er auch schnell zur Seite gehangen und ihr könnt euch wirklich komplett in der vollen Pracht mit diesen schönen Beinen und diesem wunderschönen Arm zeigen. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine wunderschöne Handtasche dazu, die auch wie gemacht ist für dieses Kleid. Und diese Tasche ist eine Allzwecktasche für den Alltag. Da passt wirklich viel, viel rein. Es ist auch schön aufgeteilt in der drinnen, damit ihr nicht Ewigkeiten suchen müsst nach dem Handy oder dem Schlüssel. Ihr kennt das Problem. Und damit könnt ihr nichts verkehrt machen. Und ich denke, so eine Tasche hat jeder zu Hause, wenn nicht einfach hier draufklicken, anschauen. Und ich verspreche euch, es gibt fast alles, was ich euch vorstelle, hier im Sale oder bei mir dann natürlich auch als Deal. Und wenn ihr, wie Viktoria, so ein Outfit auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung hier geht, wie ihr ausseht. Und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein Outfit für euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr es nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben einfach auf dem kleinen Logo abonnieren und verpasst in Zukunft keine Outfits und die dazugehörigen Deals. Ist das ein Deal?